Bad Münster-Eifel ist eine Stadt im Kreis Euskirchen im Süden des Landes Nordrhein-Westfalen. Bad Münster-Eifel gilt als mittelalterliches Kleinnot mit nahezu vollständig erhaltener restaurierter Stadtmauer. Neben den rund 6.000 Einwohnern im Kernort leben weitere rund 13.000 Einwohner in den dazugehörigen 51 Ortsteilen und Weilern. Bad Münster-Eifel ist Erholungsort insbesondere für die Bewohner der Ballungsräume Köln, Bonn, Düsseldorf und Ruhrgebiet. Seit 1974 ist Bad Münster-Eifel staatlich anerkanntes Kneippeilbad. Geografie Geografische Lage Bad Münster-Eifel liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Bonn und rund 10 südlich von Euskirchen im Münster-Eifeler Wald, einem Teil der Eifel, und wird von der Erft durchflossen. Es erstreckt sich auf rund 151 Quadratkilometer Fläche über Höhenlagen von 200 bis 586,1 Meter Ü. In Hain, letzteres ist die Höhe des Mischelsbergs, der sich als höchste Erhebung des Stadtgebiets im Nordwestteil des Aagebirges erhebt. Das Stadtgebiet ist zu rund 60 Prozent bewaldet. Etliche Waldparzellen sind als sogenannte Urwaldparzellen ausgewiesen. Über 200 Kilometer ausgebaute Wanderwege erschließen die Mittelgebirgslandschaft, die in etwa 25 Kilometer Entfernung zum Nationalpark Eifel liegt. Bad Münster-Eifel gehört zum Regenschattengebiet der Osteifel und weist deswegen nur durchschnittliche Jahresniederschläge von 650 bis knapp 800 Millimeter auf. Im Ort selbst herrscht eine jahresdurchschnittliche Lufttemperatur von 7,5 minus 8,0 Grad Celsius und eine Juli-Temperatur von ca. 15 zu 16 Grad Celsius. Die Länge der Vegetationszeit liegt bei 130 zu 140 Tage. Der mittlere Beginn der Apfelblüte ist am 10. bis 20. Mai. Die Winterroggenernte beginnt am 29. Juli bis 8. August. Folgende Gemeinden grenzen an das Stadtgebiet Bad Münster-Eifel. Geschichte Bereits in der Frühzeit zog es die Menschen auf den in der Nähe gelegenen Michelsberg der höchsten Erhebung der Nordheifel. Zahlreiche Artefaktfunde von dort belägen, dass bereits in der Mittelsteinzeit Menschen als Jäger und Sammler in dieser Gegend lebten. Eine Siedlung der Jungsteinzeit ist auf einem Höhenzug bei Schönau in der Gemarkung O.P.D. Pöhle durch Werkzeuge wie Klingen-U.A.R. Aus Feuerstein nachgewiesen. Die prähistorischen Artefakte befinden sich im Hürdenmuseum in Bad Münster-Eifel. Um 830 gründete der dritte Abt von Prüm-Marquardt ein Tochterkloster, das er »Novo Monasterium« nannte. 844 schenkte Papst Sergius II. dem Abt die Gebeine des römischen Märtyrer-Ehepars Chrysanthus und Daria. Danach gewann das Kloster durch rege Wallfahrtstätigkeit an Bedeutung und wurde kirchlicher Mittelpunkt des Eifel-Dekanates. König Sven-Thibold von Lothringen verlieh 898 dem Kloster das Markt Münz- und Zeurecht. Um die Klostermauern herum entstand eine Siedlung, vor dem Kloster entstand ein Markt. Im 12. Jahrhundert setzte sich ein neuer Name für die Siedlung durch »Monasterium« in Eiflia. Das Kloster wurde in ein Stift umgewandelt. Um 1300 baute der Graf von Jülich die Burg und errichtete die Stadtbefestigung. 1356 wurde Münstereifel Sitz eines Gerichts und der städtischen Selbstverwaltung. Es entstanden Wollwebereien, Gerbereien und Brauereien. 1454 gab der Herzog von Jülich der Stadt eine Ratsverfassung. Dem Rat gehörten sieben Schiffen und sieben Ratsverwandte an, aus deren Mitte jährlich der Bürgermeister gewählt wurde. Nach 1600 wurde Münstereifel zu einer Stadt der Gegenreformation umgebaut. 1618 kamen die Kapuziner nach Münstereifel, die auf ihrem Klosterbezirk auch eine Tuchmanufaktur errichteten und damit neue Arbeitsplätze für die in Schwierigkeiten geratenen Wollweber schufen. 1625 nahmen die Jesuiten den Unterricht des Sankt Michael Gymnasiums auf. Ihre Niederlassung wurde 1649 zum Kolleg erhoben. Die Errichtung der Klostergebäude erfolgte zwischen 1652 und 1674. Die der Jesuitenkirche von 1659 bis 1668. Das Gymnasialgebäude wurde zwischen 1724 und 1727 errichtet. Ab 1657 ließen sich die Karmelitinnen in Münstereifel nieder. Ihr Klosterkomplex wurde 1769, 70. erbaut. Das von den Jesuiten erbaute Sankt Michael Gymnasium war die einzige höhere Schule zwischen Köln und Trinidad. Die Säkularisierung der Klöster und der Stifts um 1802 durch Napoleon bedeutete einen schweren Rückschlag für das wirtschaftliche Leben der Stadt, das durch zuletzt sieben Klöster und Kirchen mit insgesamt etwa 100 Priestern, Schwestern und Laienbrüdern geprägt wurde. Am Ende der Napoleonischen Kriege wurden die Gebiete entlang des Rheins grundlegend neu geordnet. Auf dem Wiener Kongress 1815 fielen linksrheinische Gebiete an Preußen und Preußen zudem in Provinzen neu gegliedert. Es entstand die spätere Rhein-Provinz Münstereifel verlor politisch und wirtschaftlich an Bedeutung. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachte der Fremdenverkehr eine erneute Belebung der Wirtschaft. 1926 wurde Münstereifel Kneippkurort seit 1967 heißt es Bad Münstereifel. Als letzter katholischer Orden ließen sich 2008 die Legionäre Christi in Bad Münstereifel nieder und übernahmen das ehemalige Ursulineninternat als apostolische Schule und Noviziat. Von 1901 bis 1965 bestand an der Straße nach Iversheim die Firma Hettner, die Industriebohrmaschinen fertigte. Eine solche Maschine ist als Denkmal mittig im Kreisel der B51 aufgestellt. Während des Zweiten Weltkrieges nutzte Adolf Hitler vom 10. Mai bis zum 6. Juni 1940 das zuvor ausgebaute Führerhauptquartier Feldzenist in Münstereifel rodert. Das Oberkommando des Heeres hatte sein Quartier in einem Bunker und Barackenlager um das Forsthaus Hülloch. Am 1. Juli 1969 wurden die folgenden Gemeinden eingegliedert. Arloff, Ifelsberg, Eschweiler, Hohen, Huwerath, Iversheim, Kalka, Malberg, Mutscheid, Nöten, Operat und Schönau. Die Gemeinden Hohen und Nöten gehörten vorher dem Landkreis Schleiden an. Gebietsteile der ehemaligen Gemeinden Holzmüllheim und Kirchheim kamen ebenfalls hinzu. Politik Die 32 Sitze des Stadtrats verteilen sich wie folgt. CDU 12 Sitze SPD 8 Sitze FDP 4 Sitze UWV 4 Sitze Grüne 3 Sitze Linke 1 Sitz Wappenbeschreibung Wappenbedeutung Münstereifel war eine der vier Hauptstädte des Herzogtums Jülich, worauf der Jülicher Löwe im Wappen heute noch verweist. Der Stern ist ein Symbol für die Gerichtsbarkeit. Seit 1171 ist ein Schöfengericht urkundlich belegt, dem 1197 die Marktgerichtsbarkeit übertragen wurde. Aus diesem Schöfengericht entwickelte sich der Rat der Stadt. Erstmals bezeugt ist das Münstereifeler Wappen im Siegel der Münstereifeler Schöfen aus dem 14. Jahrhundert. Siehe auch Städtepartnerschaften mit Ashford Kent seit 1964 Fougier, Bretagne seit 1967 Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Siehe auch Liste der Baudenkmäler in Bad Münstereifel Bad Münstereifel wurde 1299 erstmals Opidum Monasterium in Eiflia, also befestigter Ort genannt. Nahezu vollständig erhalten ist die Stadtumwährung aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts mit insgesamt vier Stadttoren. Sie waren bis ins 18. Jahrhundert hinein mit Zugbrücke, Fallgater und Torflügeln versehen sind allesamt rechteckige Tortürme mit Satteldach. Das höchste ist das Wertertor mit umlaufendem Sims am oberen Mauerabschluss seines schlanken Torturms. Das Wertertor im Norden, benannt nach einer älteren fränkischen Siedlung namens Werthe. Das Johannistor am östlichen Stadtausgang, benannt nach der Pfarrkirche Sankt Johannes oberhalb des Tores. Das Euchheimer Tor als südliches Stadttor, benannt nach dem gleichnamigen mittelalterlichen Stadtteil Münstereifels. Das Heisterbacher Tor im Westen der Stadtmauer, historischer Stadtkern innerhalb der Stadtumwährung. Burg Münstereifel, romanische Stiftskirche Sankt Chrysantus und Daria von 1100 westwert vermutlich von Sankt Pantaleon inspiriert. Jesuitenkirche 1659 zu 1668 als Teil der ehemaligen Jesuitenschule erbaut. Romanisches Haus von 1167, eines der ältesten aus Naturstein gebauten Häuser im deutschen Westen. Die Fenstersäulen sind aus dem Kalksinter der römischen Wasserleitung gewonnen. Windeckhaus, ein Fachwerkhaus in der Orchheimer Straße mit auffälliger und aufwendiger Schnitzwerkfassade, Sankt Michael-Gymnasium 1659 als ehemalige Jesuitenschule erbaut und eines der beiden Gymnasien der Stadt. Ehemaliges Kamelitenenkloster, Rathaus erbaut in zwei Bauabschnitten, der älteste vermutlich aus dem 14. Jahrhundert. Urkundlich erstmals erwähnt 1476 Anbau mit der New Kamer ab 1550 fertiggestellt 1551. 100 M Radioteleskop Effelsberg 25 M Radioteleskop Astropeiler auf dem Stockert Das erste deutsche Radioteleskop Denkmal geschützt bei Eschweiler Römischer Tempelbezirk Der sogenannte Heidentempel Römische Kalkbrennerei aus dem 3. Jahrhundert bei Iversheim Hauptartikel Römische Kalkbrennerei Iversheim Kapelle auf dem Michelsberg Burg Kirspinnig Jüdischer Friedhof Bad Münstereifel Dazu auch den untergegangenen jüdischen Friedhof Kirspinnig Bodendenkmäler Alteburg Ringwallanlage aus dem 9. Jahrhundert Liste der Bodendenkmäler in Bad Münstereifel Museen Hürden Museum 1912 gegründet Fossilien Sammlung Weber Werkstatt Bürgerliche Wohnstube Römische Kalkbrennerei Iversheim 6 Kalkhöfen Ca. 150-300 n CHR Apothekenmuseum 1997 eröffnet Dokumente und Bilder zur Geschichte der Apotheke Originale Apothekengeräte aus dem 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert Handwerkmuseum 1961 eröffnet Originalgeräte und Abbildungen zur 5000-jährigen Geschichte des Webens Natur- und Landschaftsmuseum Begehbares Diorama in dem die Natur um Bad Münstereifel dargestellt wird Museum für Puppen und Spielzeug Puppen und anderes Spielzeug aus den unterschiedlichsten Epochen und Variationen Holzspielzeugmuseum Bad Münstereifel Holzspielzeug hauptsächlich aus dem Erzgebirge Siehe auch, die klassischen Konzerte am Wallgraben sind weit über die Grenzen der Stadt bekannt Das Kulturhaus Theater 1 steht als Kulturraum zur Verfügung Dort finden Aufführungen von Theater, Kabarett, Tanz, Musik und Figuren Theater statt Wirtschaft und Infrastruktur Die Stadt ist die erste, in der ein sogenanntes Outlet Center in einer Innenstadt und nicht wie bisher üblich außerhalb oder am Rand einer Ortschaft entstanden ist Entlang der Fußgängerzone sind mehr als 30 Markenshops in der historischen Altstadt angesiedelt Das Projekt trägt den Namen City Outlet Bad Münstereifel und wurde am 14. August 2014 eröffnet In den ersten vier Monaten sollen eine halbe Million Besucher registriert worden sein In nächster Umgebung der Stadt gibt es rund 200 Kilometer gut gekennzeichnete Wanderwege für Läufer und Spaziergänger Der Erftradweg führt über 110 Kilometer von der Quelle der Erft bis zu ihrer Mündung in den Rhein Das Eiffelbad verfügt über Schwimm- und Sportbecken, Spiel- und Spaßbecken, Kinderspiel- und Spaßbecken, Außenbecken, Whirlpool, Sohle Eine 66 Meter Riesenrutsche, eine Saunalanschaft, Solarien und eine große Liegewiese Die Jugendherberge DJ in Bad Münstereifel-Rodat stellt 164 Betten in Schlafräumen für 4, 6 und 8 Personen Außerdem 10 Gruppenleiterzimmer sowie 7 Aufenthaltsräume Es werden mehrere Führungen im Stadtgebiet und der Umgebung angeboten A. Eine Führung durch das europäische Schutzgebiet Bad Münster-Eiffeler Wald Der Forstleerpfad hat eine Länge von rund 6 Kilometer Er beginnt und endet im Kurpark Schleit und vermittelt Informationen über die heimische Pflanzen- und Tierwelt Eine Stadtführung durch den historischen Stadtkern mit seinen zahlreichen Baudenkmälern und der vollständig erhaltenen Stadtbefestigung von 1,6 Kilometer Länge mit 18 Wehr- und Verteidigungsstürmen, 4 Stadttoren, der Burgruine und dem teilweise begehbaren Wehrgang Seit Oktober 2007 gibt es in Bad Münstereifel das Kulturhaus Theater 1, das ein ständig wechselndes Kulturprogramm in den Bereichen Theater, Figuren, Theater, Konzert, Tanz und Literatur bietet Bad Münstereifel besitzt eine Stadtbücherei mit einem Bestand von 16.000 Medien Bildung in Bad Münstereifel gibt es neben vier Grundschulen in den Ortsteilen Erlof, Mutscheid und Hooverath eine Haupt- und eine Realschule sowie zwei Gymnasien Das städtische Sankt-Michael-Gymnasium und das erzbischöfliche Sankt-Angela-Gymnasium Seit 2008 besteht in Bad Münstereifel eine apostolische Schule der Legionäre Christi, die als Internatsgymnasium von der 7. Klasse bis zum Abitur führt Die Stadt ist Standort der 1976 gegründeten Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und verfügt zudem über eine eigene Stadtvolkshochschule mit U.A. der Kurt-Schumacher-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Haus der Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaft Energie-Textil-Elektro-Medienerzeugnisse beherbergt die Stadt mehrere private Schulungsstätten Daneben gibt es das Haus des Jugendrotkreuzes als Bildungsstätte für den Landesverband Nordrhein-Bad Münstereifel ist Sitz der Signo Innovationsgesellschaft Eifel e.V. der größten Erfindervereinigung in Deutschland Signo ist ein Projekt des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Dem Verein angeschlossen ist eine Jugend- und Kinderabteilung, in der Kinder und Jugendliche in einer vereinseigenen Werkstatt das Grundwissen in Technik erwerben können Öffentlicher Personennahverkehr Der Haltepunkt Bad Münstereifel ist ein Endpunkt der Erftalbahn Auf der im Schienenpersonennahverkehr die Regionalbahn 23 täglich im Stundentakt nach Eisgirchen verkehrt Durchgeführt wird der Schienenpersonennahverkehr von der DB-Region NRW Die für die Vorreifelbahn-Dieseltriebwagen der DB-Baureihe 644 in ein bis zweifach Traktion für Geschwindigkeiten bis zu 120 km pro Stunde einsetzt Auf der Erftalbahn kann jedoch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde gefahren werden Da es sich um eine eingleisige Nebenstrecke mit vielen schlecht einsehbaren, unbeschrankten Bahnübergängen handelt Des Weiteren wird Bad Münstereifel von den Buslinien der RVK angefahren Es existieren mehrere Buslinien in verschiedene Richtungen Aufgrund der relativ schwachen Nachfrage werden jedoch nur auf der Buslinie 801 alle Fahrten mit normalen Linienbussen durchgeführt Da hier auch die Auslastung entsprechend hoch ist Auf den anderen Linien werden die Fahrten außerhalb der Hauptverkehrszeit meist nur mit Taxibussen durchgeführt Für den Schienenpersonennahverkehr sowie den Linienbusverkehr gilt der Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg und Tarifraumüberschreiten der NRW-Tarif Straße Bundesautobahn 1 Anschlussstelle 112 Bad Münstereifel-Mechanich Bundesstraße 51 Landesstraßen 113, 165 und 234 Persönlichkeiten, Ehrenbürger 1876, September Landrat Gottfried Josef Wolf zum 25-jährigen Dienstjubiläum als Landrat des Kreises Rheinbach 1895, April Fürst Otto von Bismarck 1897-18, November Freiherr Friedrich von AYX 1902-24, April Landrat Rudolf von Grote Förderer der Stadt 1912-22, Juni Franz Maria Ferdinand Stefinski 1961, August John A. Wieles ehemaliger Bürgermeister der englischen Partnerstadt Ashford 1977, Juli Emile Renault aus der französischen Partnerstadt Fougier-Bretagne in Anerkennung seiner Verdienste um die Städtepartnerschaft Fougier Bad Münstereifel, Söhne und Töchter der Stadt Hubertus Sturmius Professor der Theologie der Universität Leiden von 1579 bis 1584 Hermann Löhr Autor Peter Wilhelm Josef Degginetti Mediziner Friedrich Josef Haast der heilige Doktor von Moskau Franz Ferdinand Josef Wiküler Bierbrauer in Elberfeld Franz Maria Ferdinand Stefinski Apotheker, Kommunalpolitiker, Bewahrer des Münstereifeler Stadtbildes Renate Malberg Schriftstellerin Michael Wink Biologe und Professor der Universität Heidelberg Weitere Persönlichkeiten die mit der Stadt in Verbindung stehen Konrad Schäfer, Maler und Grafiker, lebte seit 1966 in Bad Münstereifel Otto Graf Lambsdorff, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Bundesvorsitzender der FDP, wohnte im Stadtteil Eschweiler Hans Fricke, Widerstandskämpfer des Nationalsozialismus und Mitglied der Edelweißpiraten, lebte im Ruhestand in Bad Münstereifel Heinz Küpper, Schriftsteller, lebte in der Kernstadt und war Geschichts- und Deutschlehrer in Bad Münstereifel Nina Raubrich, Kinder- und Jugendbuchautorin, lebt in Bad Münstereifel Heinz Georg Kram, Sänger, lebt in Bad Münstereifel und betrieb von 1996 bis 2012 ein Café lebender Wilma Ruth Albrecht, Sprachwissenschaftlerin und Autorin, war von 1989 bis 1999 ehrenamtliche Stadtverordnete in Bad Münstereifel Jochen Alt, Schriftsteller und Herausgeber, lebt im Stadtteil Hooverath Barbara Salesch, Juristin, bekannt geworden als Fernsehrichterin, wohnte in Bad Münstereifel Monika Turuschka und Udo Turuschka, Religionswissenschaftler, leben im Stadtteil Arloff Hans-Peter Salentin, Jazz-Trompeter und Komponist, lebt in Münstereifel Ralf Kramp, Autor, Karikaturist und Verleger, besuchte das erzbischöfliche Konvikt in Bad Münstereifel Jürgen Trimborn, Schriftsteller und Biograf, lebte seit Sommer 2007 in Bad Münstereifel Trivia, Bundeskanzler Willy Brandt und SPD-Fraktionschef Herbert Wehner führten in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1974 in Bad Münstereifel ein Gespräch, das zum Rücktritt Brandt einige Tage später geführt haben soll Die portugiesische Partei Partido Socialista wurde am 19. April 1973 in Bad Münstereifel begründet Die portugiesische Partei sind in Bad Münstereifel, in Bad Münstereifel, in Bad Münstereifel, in Bad Münstereifel, in Bad Münstereifel